willkommen mein name ist an die op und mein name mario maßler aufzudeppen und wir begrüßen euch zurück zu let's play mario patia ja wir sind heute im extra spiel palace mit mir und seiner gescheidenden wenigkeit im extra spiel palais oder palais palais keine ahnung hat er jetzt los ist aber hier gibt es ganz besondere mini spiele die wir uns vorhin gekauft haben da guck mal gesicht damit wir machen alles nacheinander ja also wir können alles machen bis auf wählerischer wauwau das können wir nicht machen oder auch da oben flaggen wir war an die flagge zeigen dafür brauchen wir einen schock weiter und haben wir leider nicht also machen wir sieben fangen an mit superstar bowling ok jeder hat seine eigene fünf frames machen wir fünf frames weil wenn man zehn frames machen würde das in die länge gehen auf zu unserem extra spiel bist du bereit nein diesmal treten wir beide an score was da muss man den b drucken nur um seinen score zu drücken und zu sehen also ist so nie gespielt doch das ist tatsächlich meine märme ja das war meine perspektive natürlich sehr gut hier ja das ist noch eine richtig schleppe gattel äh du bist noch mal dran ich kann das von ihr nicht der war natürlich ein spike direkt oder auch nicht wenn wir jetzt nichts treffen dann ist es scheiß oh du bist am zug na nicht schlecht na toll die beiden jetzt noch noch ein du hast du es jetzt mal soll ich nicht mehr mit dem und auch endlich war der ist ein bisschen langsam gewesen kann er in unseren finger daheim packen beinahe gar nicht meine punkte ich habe sieben ah ich ich habe krisch war die sagen würde ich könnte meinen hut fressen weil ich ihn vergessen habe mehr punkte das ist noch mal werfen im letzten im letzten frame meint ich hua, hrisch ich sag muss ein hrisch das ist der krishna, der harte krishna hrisch das ist doch gar nicht so schlecht meiner liegt da aber noch ja nebenan macht die ganze zeit dadurch kommt die kugel auch nicht mal verbanen wenn wir im mittelfinger aber ein großartiges spiel ich hab gewonnen das war das erste extra spiel ich denke wir machen die sechs extra spiele in einem part nein, bloß noch mal bloß noch mal jetzt als nächstes das gesichtskontrolle da komm her he he haha ich fass aber irgendwann sind auf wie der blick überhaupt nicht von uns meister und seine uma kuramente hoch okay überfliegen die bilder, um die gesuche Du musst die Kombinationen finden. Die Kombinationen bekommst du einen Punkt. Okay, wir müssen die Kombinationen finden. Alles klar! Ja, alles klar. Hab ich noch gesehen. Ready? Ja. Well then, let's go! Nein! Ja! Da ist sie! Ha! Da ist sie! Ha! Nein! Ja, zu steuern ist kacke. Yes! Oh ja, ich kann nicht. Was? Du warst schneller? Ja. Nein! Ha! Ich weiß nicht. Hä? Ja. Klar! Ich werde jetzt mal die Karte. Nein! Scheiße! Mein Gott, ist das spannend. Ah. Ah. Ende. Oh. Oh. Alter. War das ein Spiel, ne? Und wir sind knapp als gedacht. Ich schwitze echt. Nein. Nein. Unverlustig. Das ist so. Ja, das nächste ist Canyon Leiter. Nicht das. Das ist ein Canyon Leiter. Ja. Das guck mal an, wie der uns die ganze Zeit angucken, ey. Sein Blick reicht einfach nicht von uns. Ja. Okay. Steuern? Oh, what? Oh, Gott. Das ist bestimmt auch viel besser als Mario Kart. Oh. Oh. Das ist F0. F0! Okay. Three, two, one, go! Was? Oh, f0! Oh, f0! Oh, what the f0! Oh, f0! Ja, w0! Bleibst du aber weg von mir? was aber auch wieder so lebensgefährlich durch die wüste die wüste gleiten ja ich habe vorbeigezischt bin langsam sie noch so aus Na, na, ich ging alles hier auf jetzt fahren, ma, hilf mal, alter, alter, wow, 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 ja, gewonnen, warum bin ich am Ende gegen alles gefahren, ey, ich hab gewonnen, oh, ich hab ein Porsche, ich hab ein Audi, Gott ist ein Porsche, ich hab ein Lamborghini, aber das war ein lustiges Spiel, will es nicht auch? Ja. Okay. Nächstes. Nächstes Spiel, da ist Drishtennis. Na gut. Haha. Hahaha. Okay, warte mal hier. Ball hochwerfen, Schläger. Ist halt wie Tischtennis. Ich werde zuerst elf Punkte erreicht, ist der Sieger. Du scheiß ist lieber mit Tischtennis. Wenn ich mit dem Tischtennis. Hä? Ich werde ihn überhaupt den ersten Aufschlag. Ja, du hast den. Ach, getroffen? Okay. Haben wir den irgendwie gesteuert überhaupt? Ne. Was machst du denn da? Na? Was machst du denn da? What the fuck? Was? Ja. Was? Ja. Alter. Oh. Oh, widmet die sich jetzt schon angekommen. Okay, ne. Ne. Du, 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 du noch ein bildschirm da irgendwie besser klarkommen und habe jetzt nichts mehr nein soll hat da würde ich ein echtes spiel ist ja und mit einem spock macht ja 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 bin ich noch mal irgendwie so geschlagen die gumma spielen sie können das machen wir haben noch keine arme okay das war das spiel ich glaube es sind noch zwei spieler weil wir beide keine landschaft haben ich glaube dann soll soll es auch die aufnahmsischen gewesen ich weiß nicht wie viele dann können wir auch mit bei den nächsten laufen ok sieken sieht irgendwie überhaupt nicht verwirrend aus oder müssen wir machen oder mehr blöcke der selben frau ich verstehe ich verstehe ich war was ich genau machen muss aber wird bestimmt wie zudem geht es keine ahnung hat ok und ob die seite auch weißt du was du machen musst okay aber ich krieg nichts nicht ich verstehe dieses spiel nicht irgendwas machen dieses spiel haben wir beide gewonnen weil ich habe ich in den letzten kunden irgendwann gedrückt das spiel mochte ich auch nicht das war sehr kompliziert und können dann kommen wir jetzt zuletzt und zum letzten spiel da gibt es diese drei strecken wollen wir alle drei strecken zeigen ja okay dann zeigen wir hier alle drei strecken strecke 1 aber das ist eines der besten spieler auch so steuern so muss man nicht wissen beim fahrrad vorgang passen auf wie viele teilnehmer damit machen wir das tolle frau war zu dem opel du bist oben ich bin auf dem weg also wenn man so viele charaktere bei mario karton ich glaube hier brauchst du mal so wenn er im windschatten fest ja ich sehe die ganze zeit so liegen wir auf dem weg opa warum bin ich mir so langsam warum bin ich so langsam ich weiß es nicht wir laufen weg darf immer ja alle seiten können wir vielleicht gar nicht weil ich bin ja nicht in der zweiten runde wo seid ihr alle bin ja seit 17.000 ich sehe überhaupt kein von euch das förderung die schnappe ich mir warum bin ich immer noch 17.000 ich habe davon einige überholt wahrscheinlich überwunden war wir sind ja mit dem flügel ja flatter ist das das sagt ist die beiratete form von regler in der zum späteren wird warum bin ich denn immer noch 17 teile weil seiten jahre vorne wir sind vor mir ich glaube ich mir alter ja ne ich bin dritter ich verhole überhaupt niemanden ne flour ja 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 also das ist das war ich du hast auch noch ein paar meter ja dann weiß ich auch nicht warum okay aufzustecken zwei vielleicht hast du noch mehr glück machen wir die löschen von nächsten woche ja ok zweite stecke sie gesehen die ganzen charaktere was da sich doch erstmal gewundert mehr so viele charaktere wenn die auch so im mario kart deluxe angetreten wäre stellen wir vor 30 charaktere im mario kart bei dem mal fertig los auf dem weg auf dem weg kann man bruder ich habe mich nicht sicher nehmen an der bombe zu fahren mit hauen würde ich mich auch nicht will okay mario desi und flache sind noch vor mir ich bin jetzt noch nicht das war ich habe mich überholt oh Gott, hinter dem hier ist Bowser Runde 2 für mich Oh ja, du Affe Affen können kein Fahrrad fahren Moped meine ich Was ist mit Bowser? Der ist ein Schildgurde, der kann er auch nicht Was ist mit mir? Geist du kannst er auch nicht Ich kann das wohl Dinosaurier können Moped Ja genau Das kann ich nicht überwunden Und dann gehe ich weg Tschüss Kamek Hey Wir sind ja noch jemanden überholen Das weiß ich nicht Leid Das war Luigi Boah Sieh mal die sind die ganze Zeit der Beine an Okay, letzte Runde Google Affen ist nicht durch Hey, kommen wir nicht weiter Richtig Die Krise Ach, das ist das Wurm Wecken Hier heute schon wieder vorne Besser Du kannst meine Zeit Sehen Ich bin Zehnter Ja Ja Ich war ein Fehler Und ich Oh nein Ich glaube nicht Ich bin so scheiße Wie das spielt Erster Ich bin ja auch Von einem Gebraucht Ich habe gewonnen Ich bin erster Weil die sind Guck mal an wie viele Kuchen da sind Jetzt noch einmal Ohohoho Ich fress noch mal rein Ich fress noch mal rein Das war aber wie Ich will eure Babys Ich esse Jesus Ich esse Okay Fertig Hi Let's go Weg mich mal Yoshi Geh weg Ich merke dir mein Gesicht Du wirst es gleich nicht mehr sehen Weil ich ganz hinten bin Geh weg Hör schon wieder einmal Jetzt habe ich sowieso Nimm mal eins holen Ja Frisch Darum bin ich hinter dir Weg du Hula Weg Du wirst Weg Schmetterlegen Geh weg Geh weg Goomba Wie sei man noch nicht erst Ab Ich bin 6 Ich bin 3 You never take me away Er ist da Er ist da Tot und Kamek sind hinter dir Wir wollen den Sieg Leck mich mal tot Und leck mich mal Kamek Oder d Zweiter Warum Also Ich habe wirklich gut das Gefühl Ich fuhre langsam ein Bleiber nicht mal ja schießt noch nicht bei jemals zunge raus weg wenn wir mal ein bisschen windschatten und solche zu tun ich musste ich noch einholen draußen hört man jetzt echt noch ein paar sekunden stehen und ich irgendwelche abkürzungen oder so ein die kurve geht ja ins unendliche wir haben alle anderen abgestellte letzte mal gegen jemanden da will ich gewinnen was machst du ich war gegen die wand warum machst du das ist eigentlich cool naja hier ist die von englisch kurven ich krieg den hat man immer diesen geist auf nein da sind mehr organe dran das tut so langweilig die ganze zeit nur den rücken ja da der fahrer kuba überholt die scheiße du bist auch vorher in führung ein paar sekunden wie hinter dir sehr gut gemeint nur leider wird sich sitzen ich bin fertig das war nicht passiert aber hat aber immerhin du bist zweiter ich bin erster ja ja gut das war es dann auch mit diesen nichts beim nächsten mal sehen wir dann dann zum abschluss noch das extra spiel ich bin ich spiele noch mich ein paar million und ja und dann geht dieses projekt langsam dem ende zu und dann bis zum nächsten mal tschüss bei